Stuhlmann macht auf und Hospi macht auf, weil hier auch die angrenzenden Häuser aus der Hospitalstraße sind. Wir haben uns schon über die Straße hinaus ausgebreitet. Im letzten Jahr haben wir das erste Mal angefangen mitzumachen, weil Altona macht auf. Erst hatten wir, das ist Luke, der hilft hier auch mit. Erst hatten wir nur drei Nachbarn, die überlegt hatten, sie machen da mit. Dann haben wir uns getroffen, plötzlich waren es sieben, dann waren es elf, dann 17, dann 23 und irgendwann haben wir aufgehört zu zählen. Erst wollten wir nur die Fenster aufmachen, dann haben wir überlegt, wir machen die ganze Straße auf. Das ist erst das Ergebnis des zweiten Jahres. Wir freuen uns, dass ihr hier seid.